Aus der zweiten Startposition heraus ist also der Flieger, der auf der ersten Reihe des Rennen aufnehmen wird. Dennis Schreving ist der Start Nummer 22, der mit der Startaufbahn aus dem letzten Jahr. Ich verledige der Schachtplatzzeit, der mit der Flieger, die 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 Flieger und die Flieger, die Flieger, die Flieger und die Flieger. Ich verletzte nach dem Auto, die das Startaufbahn aus dem letzten Jahr. So wie fast wir jetzt in der Lehne bis jetzt sehen, dass wir unsere ersten drei Startreien, warum machen wir hier kurz den Break, das einzusetzen. Weil an der vierten Startreihe und dann an der siebten Startposition, die ja nämlich mit einer Flieger, die Flieger unterwegs sind. Das heißt, jetzt dürfen sie dann sechzehnmal während des Rennen draufrücken auf den Knopf. Moritz Österreich gehört zum Beispiel dazu, mit der Startnummer 17 in der siebten Startposition. Nach Ultima 18 in der siebten Startweihe und dann mit der Flieger, die Flieger, die Flieger in der siebten.